Jo Leute! Willkommen zu einem neuen Fall-Disode! Ähm, das Wetter ist eigentlich nicht mehr so geil, dass man draußen fahren kann. Das heißt, wir fahren heute nach Österreich, nach Linz, in eine große Skate Halle, BMX Halle. Und ich sehe wahrscheinlich ein bisschen fertig aus. Aber nichtsdestotrotz, ähm, fahren wir jetzt dann gleich mal zum Tim. Und dann, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Hast du? C ist schon. Schon? Hi! Wie fällt die seiner, oder? Ich weiß gar nicht. Ich hab ja schon Probleme gehabt, oder was? Ja, also meiner hat grad so reingepasst. Schau wir mal! Schau an, Linz. Ne, ich glaub... U, U, A? Ja. Ja, das... Das... Erst, erst, mein Getränk und die Salamettis. Die Salamettis. Nur an, Linz. Ja, Schinten. Hi, du. Selbst. Die Salamettis. Die Salamettis. Die Salamettis. Die Salamettis. Die Salamettis. Die Salamettis. Was machen wir denn heute eigentlich? Wir cruisen nach Österreich, nach Linz. Was ist da? Das ist ein Zickerpark. Das ist ein Zickerpark. Ja, Klappsparten. Wurzeln. Junge, wieso fährst du 80? Alter Jungs, jetzt müsst ihr euch mal das Mega-Gadget von diesem Auto geben. Das ist ein Killer, Alter. Das ist eine Nokia-Dockingstation. Schau, das passt da rein. Immer Geschäfte abwickeln. Jungs, das geht. Junge, das Radio hat sogar eine Fernbedienung. Alter, hast du gerade abgeschossen. Junge, du bist ein Festsgeburt. Tim, deine Wamen. Oh mein Dädi. Alles klar? Ja, schon. Ja, heute laden wir uns ein Gerät auf. Hab ich auch gehört. Getränkeunfall. Liegt der Gerät. Was ist denn du gerade? Das ist dein Part, Alter. Du musst sagen, ein Fischsemme. Fischsemme? Hast du schon mal einen Greidl gesehen? Ja, du siehst nur einen Greidl. Zwischen Arschloch und Beidl liegt der Greidl. Oh, ich bin so brutal zu, Alter. Du hast eigentlich gar gespuckt. Jetzt musst du einen Stopper rein. Alter, Zirko! Junge. Du kannst lieber Autofahrer hier. Also wenn jemand eine Nokia-Joggingstation für dein Auto braucht, die verstecke ich dir auf Ebay. Ja. Gebt Shop bei 5 Höhle auf Ebay-Kleinzeichen vorbei. 31 Cent. Ja, wir geben die ab. Guter Preis. Spannungsbasis, ne. Wer Bock drauf hat. Ach, wie sieht es schon wieder aus, Mann. Oh, Überholmanöver. Alter, da spürt man den Dampf, Alter. Ach du Scheiße. Alter, um eine 20 PS. Äh, hallo, Tim. Hände auf 10 und 2, ja. Wie haben wir es dann gelernt in der Fahrschule? Also echt hier. 45, dann krieg ich von jedem 15. Passt das? Ok, ok. Von 45. Jetzt kommt er richtig langsam an. Nein. Oh. Ziemlich dreckig hier. Also Leute, das ist hier so dreckig, weil ich vor allem meinen Endern schiebe. Also nein. In mein Auto verteilsam. Ne, also die Kamera stand so hier. Und dann sind wir losgefahren. Weil Tim ja so eine kranke Beschlagnin in seinem Sportauto hat. Hat die Kamera hier runtergehauen. Die wäre dann eigentlich mit der Linse so gut, wie ob dieses Ding... Na warte, warte. Komm mal hier her. Komm mal hier her. Nein, hoch. Und dann habe ich sie aber so nach oben gefallen, bevor sie aufgeklagen ist. Und da habe ich halt meinen Energi-drink, der befallen... Ich... 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 Dann musste ich meinen Energi... Wow... Das ist nicht wie so ein totes Fretzchen, Lott oder so. Oh, der Linse. Ha 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 Wie in der Autobahn Na ja, und dann hab ich Melanergy dahingeschüttelt und jetzt klebt alles um die Linke, ist neckig weil es da auch noch nicht sein ist Es ist all about the first Zuerst Wir machen jetzt ein kleines Interview Hab ich gehört? Okay Stell's dir mal vor, die heißen nur so Wie bin's? Der Toni Wie kommen wir aus? Wir haben da drei Schaf und einen Bauernhof Ja Ja, geschieden bin ich Mehr geht da bei mir eigentlich nicht Eigentlich mal eine fette Timelapse Ich hab ein Multifunktions-Lenkrad eigentlich Ich hab einfach ne fucking Fernbedienung für mein Radio So killer ist das Auto Das war einfach dein Graf Das war super Schau, Junge Check aus, schau und geht weiter Junge Das ist killer Das ist Hightech Ja 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 Wieso mach ich das eigentlich mit dem Rad? Ich gehe Fernbedienungen wieder. Wieso benutzt du eigentlich das Rad, wenn man auch hier mit der Fernbedienung begibt? Ich denke, das ist viel nicer. Wir sind da! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Servus! Hallo! Hi! Wo sind wir? Ich bin Lins. Und was tun wir hier? Auf der Quarter stehen. Das ist wahr. Wollen wir ein paar Clips filmen? Ja, machen wir schon. Was schwebt dir so vor? Tailwips. Ein Fastball. Swag! Swag! So Leute, wir haben ja gesagt, ihr sollt uns paar Tricks callen. Das sieht man eh nicht. Ähm... Tim? Ja? Du darfst jetzt einen... Boah! Ich hab da nicht mal einen Flare gemacht. Ich mach jetzt mal einen Flare. Ja, okay. Ja, okay. Aber mach einen Flipper. Das hat der DMI gecallt. Shortouts gehen raus. Dann gehen sie... Local. Tego, Thomas! Tego, Thomas! Ja, geht doch! Line, komm! Line, 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 line! Yeah! Okay, also... Good, you run, you run! Das ist der nächste Call. Ja, ich bring jetzt mal die Box vor da. Von... Aaron.tm Der nächste Call ist 540 Bar. Von... Julian... Bist du ready? Yo! Also, Tim, du machst einen... Du machst einen... Du machst einen... Deasy Bar Backlip Heel. Gecallt von unserem Schätzchen Florian Furth. Und der... Tobi... Wird geschnitten, wird geschnitten, wird geschnitten. Von Leo Walter hast du gecallt bekommen. Backlip to 70, die Downray. Okay. Hurra, hurra, hurra! Ich hätte nicht gedacht, dass ich den noch dran kriege. Also, das vierte Mal dieses Jahr... ...wieder zepfeln. Dann tust du zu wenig, oder? Oh, ich bin so schlimm. Na, Alter! So schlecht. Der war so scheiße, Alter. Tim? Wir glauben jetzt deine 2K60 Hard Load Chill Edit. Wie das aussieht. Ja! Ja! Das ist bald in der Haupt. Gelb! Ja! 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 Ich werde euch heute mal einen Buttercup zeigen, ja. Ich weiß nicht, warum man Butterbecher hat. Epische Animation. Die, 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 die... Jetzt musst du so filmen sich eindoppeln. Da hab ich sofort wieder. Du musst filmen sich e... Yo! Okay, alles easy. Du musst filmen sich eindoppeln. Schrei. Zeit. Schnell. Yeah, boy! Okay, warte, ein. Die besten Dinge sind die Frage. Die guten Dinge sind die drei. Junge, was? Fuck, schaut das denn hin. Hier geht's dir ein Fly-Out-Game oder was? Fly-Out-Sash. Tobi! A-Project hat gesagt, so eine Lange zu sehen. Hast du eine Lange? Ein Tail-Rip. Wie viel Zeit brauchst du? Hoffentlich eine. Der war gut. Mädels, macht euch bereit. Sexy Striptease. Das war so kurz für Kieferbuch. He-Ey. Das hat wehen gekackt. Der arme Roller, der wäre fast kaputt gegangen, Mann. Ah, mein Ellbogen ist kaputt gegangen. Heul nicht! Oh mein Gott! Ich mach einen anderen Start. Haha, bestie. Oh, mach Flair, bitte, bitte, Flair, Flair! Oh mein Gott, so gut! Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh. Geht's die gut, geht's die gut, geht's die gut. Ich hab nichts gesehen, weil meine Tasche so vor meinen Augen war. Was ist, was ist da drin? Taschenkontrolle, Taschenkontrolle, zeig ich mal. Handy? Warum brauchst du OCB Longpage? Für lange Zigaretten. Ich glaub dir doch keine Sau. Sehen Sie nun, Tim Köhler stirbt. Also man könnte es eigentlich Selbstmord nennen. Aber der Typ muss aufpassen, er fährt nur noch heim. Also... Verkackst nicht! Tim! Nee, du verkackst! Der Einschlag, Alter! Der Einschlag! Ich hab's keine Ahnung. Ich glaub mal nicht. First G. Rebait! So, Boa, jetzt seht ihr mal ein bisschen real street. Oh, 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 oh! Seht noch? Counts, counts, counts? kann man Handplant nennen. Also ne, wenn ihr euch fragt, warum Rewanti so kaputt ist, er war's. So, ein guter Mäus. Der schaut so TDS aus. Habt ihr da eigentlich so ein, was ist das, My Burger? Kann man sich selbst zusammenstellen? My Burger, Alter. Dreimal Fleisch, zweimal Käse, Kakos, Zwiebeln und Gurkamole und Burgersauce. Was haben wir hier? Ja, doppel Fleisch, doppel Käse, einen ordentlichen Hinterschinken, Salat und ein paar Tomaten. So, wir sind jetzt wieder zurück in der Hometown von Tim. Ich nehme jetzt gleich die S-Bahn nach Hause und ja, ich hoffe es hat euch heute gefallen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Fall, die Sout. Abschließende Worte? Orbitanz. Orbitanz. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und tschau. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.